Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Lernen Leichtgemacht. Mein Name ist Philipp und in diesem Video geht es um die Entstehung und Entwicklung Österreich im Mittelalter unter dem Geschlechter Babenberger. Wie wird aus der Markgrafschaft Osterichy das Herzogtum Österreich? Was ist das Privilegium Minus? Und wie konnten die Babenberger ihren Herrschaftsbereich erweitern? Diese und noch einige Fragen mehr werde ich euch in den nächsten Minuten beantworten und wie immer kurz, kompakt und vor allem verständlich das Wichtigste erklären. Jetzt geht's los! Eng mit der Entstehung Österreichs verknüpft ist die Auseinandersetzung des Ostfränkischen Reichs, aus dem dann später das Heilige Römische Reich herausging, mit den Ungarn. Seit etwa dem Jahr 900 fielen die Ungarn nämlich regelmäßig plündernd in das Ostfränkische Reich ein und stellten eine stete Bedrohung dar. Erst im Jahr 955 gelang es Otto dem Großen, die Ungarn auf dem Löchfeld bei Augsburg zu stellen und vernichten zu schlagen. Um die militärische Überlegenheit gegen die Ungarn dauerhaft zu sichern, ließ Kaiser Otto der Große und seine Nachfolger die Grenzgebiete sichern und befestigen. Dafür wurden sogenannte Grenzmarken errichtet, die von einem Markgraf verwaltet wurden. Dieser hatte zum Beispiel das Recht, Krieger selbstständig einzuberufen, um Befestigungsanlagen wie etwa Burgen zu errichten. Weiters hatte er richterliche Befugnisse auf diesem Gebiet. Ein Markgraf war aber kein erbliches Amt, beziehungsweise die Markgrafschaft kein erbliches Gebiet. Nach dem Tod des Grafen fiel praktisch das Lehen wieder an den Kaiser zurück und dieser entschied dann, wem er es dann erneut vergeben möchte, wen er damit praktisch belehnen möchte. Der Sohn Kaiser Otto des Großen, Otto II. belehnte im Jahr 976 Leopold I. aus dem Geschlecht der Badenberger mit der Mark an der Donau. Damit begann die bis 1246 andauernde Herrschaft der Badenberger über Österreich. Leopold I. übernahm jedoch nur zu Anfangs ein schmales Gebiet entlang der Donau von der Enz praktisch bis zu Dreisen. Dieses konnte er bis zum Wiener Wald ausdehnen. Seine Nachfolger Adalbert, Ernst und Leopold II. konnten das Gebiet im Kampf gegen die Ungarn bis zu Deier, March und Leiter ausdehnen. Große Fortschritte bei der Erweiterung der Markgrafschaft machte der Sohn Leopold II., den wir jetzt als Letzten gehört hatten. Leopold III., der von 1095 bis 1136 die Geschicke der Badenberger leitete. Er ist natürlich in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig und wird deshalb extra genannt. Er vermehrte den Landbesitz nämlich systematisch, indem er verfallene Lehen einbehielt und Gebiete entweder kaufte, oder erbte. In Kloser Neuburg nördlich von Wien baute er seine Residenz auf. Wichtig ist Leopold vor allem aus zwei Gründen. Denn er heiratete die Schwester Kaiser Heinrichs V., der war praktisch der Sohn Heinrichs IV., den wir vom Investiturstreit kennen, und erhöhte damit sein Ansehen und seinen gesellschaftlichen Rang im Reich. Weiters fällt in seine Regentschaft die erstmalige urkundliche Bezeichnung des Landes als Austria. Und da wir jetzt schon bei der Namesnennung sind, die erste urkundliche Erwähnung von Österreich haben wir bereits vorher. Und zwar in einer Urkunde Kaiser Ottos III. Und darin ist nämlich das Gebiet, wird es als Osterrichi bezeichnet, beziehungsweise dort steht geschrieben, dass die Menschen das Gebiet Osterrichi nennen. Deshalb hat diese Urkunde auch den vulgären Namen die Osterrichi-Urkunde. Für Österreich ist das Privilegium Minus eine der wichtigsten historischen Gründungsurkunden. Warum? Im Privilegium Minus wird nämlich die Markgrafschaft zu einem Herzogtum erhoben. Zum Herzogtum Österreich. Und natürlich hat ein Herzogtum mehr Rechte als eine Markgrafschaft und Österreich erhielt überdies hinaus noch Sonderrechte. Ausgestellt wurde das Privilegium Minus im Jahr 1156 vom Stauferkaiser Friedrich I. Bavarossa. Dadurch wurde der Bamberger Markgraf Heinrich II. zum ersten Herzog von Österreich. Doch warum war das nun so von großer Bedeutung? Wie bereits angesprochen, war eine Markgrafschaft nicht vererbbar, beziehungsweise der Titel und das Land nicht vererbbar. Nach dem Tod des Markgrafen fiel das Lehn wieder zurück an den König oder Kaiser, der dann den Markgraf von Neuen ernennen konnte, und zwar die Person, die ihn beliebte. Im Privilegium Minus wird mit der Erhebung der Markgrafschaft zum Herzogtum Österreich auch die Erblichkeit des Landes und des Titels sowohl unter den männlichen als auch unter den weiblichen Nachfolgern Heinrichs II. festgelegt. Bei Kinderlosigkeit konnte der Herzog selber seinen Nachfolger bestimmen. Der Kern, dies war praktisch die Kernbestimmung des Privilegium Minus und genau darum, wegen dieser Erblichkeit des Landes und des Titels, ist das Privilegium Minus so wichtig. Weiters überträgt das Privilegium Minus auch dem Herzog von Österreich die alleinige Gerichtsbarkeit im Lande. Aber auch die Pflicht, bei Reichstagen zu erscheinen, wurde nur auf solche beschränkt, die in Bayern, also in unmittelbarer Nähe, stattfanden. Und auch die Heeresfolge wurde für den österreichischen Herzog eingeschränkt. Er musste dem Kaiser dann nur dann Truppen zur Verfügung stellen, wenn die Kriegsschauplätze in unmittelbarer Nachbarschaft seines Herzogtums waren. Doch warum bekommt die Markgrafschaft auf einmal vom Kaiser derartig große Rechte zugesprochen? Geschenkt gibt es heute nicht und gab es auch früher nichts. Deshalb fragen wir einmal nach. Hintergrund des Privilegium Minus war der Konflikt zwischen den Geschlechtern Welfen und Staufern, die im Reich um die Vorherrschaft konkurrierten. Kaiser Friedrich I., auch Barbarossa genannt, war der Sohn eines Staufers und einer Welfin und wollte die Streitigkeiten zwischen den Geschlechtern ein für allemal beenden. Im Zuge der vorausgegangenen Auseinandersetzungen wurde dem Welfen 1139 das Herzogtum Bayern entzogen und an die Babenberger, die die Staufer unterstützten, übergeben. Um den Frieden wiederherzustellen, gab Barbarossa seinen Welfischen Vättern Heinrich dem Löwen das Herzogtum Bayern zurück. Der in Bayern herrschende Babenberger Heinrich II. musste also den Thron in Bayern räumen und an Heinrich den Löwen übergeben. Und er erhielt sozusagen als Trostpreis die Marktgrafschaft Österreich, die Kaiser Friedrich Barbarossa, um den Frieden und die Freundschaft zu erhalten, mit dem Privilegium Minus aufwertete. Als Österreich im Jahr 1156 unter Heinrich II. zum Herzogtum erhoben wurde, umfasste es in etwa das Gebiet des heutigen Wiens und Niederösterreichs. Eine nennenswerte Erweiterung erfuhr das Gebiet dann unter Leopold V., der 1177 seinem Vater Heinrich II. nachfolgte. Leopold V. sicherte sich 1186 in einem Erbvertrag in der sogenannten Georgenberger Handfeste das Herzogtum Steiermark, in dem er sich vom kinderlosen steirischen Herzog Otto K. aus dem Geschlechter Traungau als Erben einsetzen ließ. Als dieser 1192 starb, fiel das große Herzogtum Steiermark an die Babenberger und wurde dann praktisch an ihr Gebiet angegliedert. Leopold V. war ein sehr selbstbewusster Herrscher, unter ihm kam es zu einem Aufschwung der Wirtschaft und der Kultur. Er beteiligte sich auch persönlich am dritten Kreuzzug, der von 1189 bis 1192 dauerte, war gemeinsam mit dem englischen König Richard Löwenherz und dem französischen König Philipp II. die wichtige Stadt Akon zurückeroberte. Daraufhin hisste er, wie die beiden Könige, selbstbewusst wie er war, sein rot-weiß-roses Banner auf einem der Burgdürme. Richard Löwenherz fand diese Aktion Leopolds gar nicht gut. Immerhin stellte sich hier nur ein kleiner Herzog auf dieselbe Stufe wie ein König. Wenig diplomatisch wies er Leopold zurück und ließ sein Banner, so wird es erzählt in den Überlieferungen, vom Burgdurm hinunter in den Graben werfen. Im Streit mit Richard reiste er dann ab, doch Leopold sollte dann die Gelegenheit auf Revanche bekommen. Als Richard 1192 vom Heiligen Land zurück nach England reiste, ließ ihn Leopold gefangen nehmen, als Richard in Erdberg, also einem Vorort von Wien, erkannt wurde. Leopold verlangte daraufhin von den Engländern 23 Tonnen Silber als Lösegeld für ihren König. Damit finanzierte er die neuen Stadtmauern Wiens, das seit 1155 Residenz der Babenberger war. Er finanzierte damit aber auch die Gründung von Wiener Neustadt, sowie die Befestigungsanlagen von Friedberg und Heimburg. Der letzte Babenberger war Friedrich II., der nicht zu Unrecht auch der Streitbare genannt wurde. Er lag in ständiger Auseinandersetzung mit seinen Nachbarn, also mit den Bayern, den Ungarn und den Böhmen. Zudem rebellierte er gegen den Stauferkaiser Friedrich II., der, das ist jetzt ein gleicher Name, einmal ist der Babenberger Friedrich II., und der Stauferkaiser ist auch ein Friedrich II., also nicht durcheinander kommen. Und Friedrich II. verhängte daraufhin die Reichsacht über den Babenberger Friedrich II. Friedrich II. fiel dann 1246 in einer Schlacht gegen die Ungarn, also ein würdiges Ende für den Streitbaren. Da er keine Kinder hinterließ, war er praktisch der letzte Herrscher aus dem Geschlecht der Babenberger. Mit dem Aussterben der Babenberger gerät das Herzogtum Österreich unter den Einfluss des benachbarten Böhmenkönig Otto Kahrs, der sich während des Unternehmens, während des Interregnums, auch das Gebiet aneignet. Nachdem Rudolf von Habsburg nach dem Interregnum zum neuen römisch-deutschen König gewählt wurde, besiegt Rudolf Otto Kahr auf dem Schlachtfeld und kann somit das Lehen Österreich neu vergeben. Mit Einverständnis der Reichsstände verleiht er es praktisch an seine Söhne und somit beginnt die Herrschaft der Habsburger in Österreich. Aber dazu gibt es ein weiteres Video, das ich euch jetzt im Anschluss wärmstens empfehlen würde. So, nun wisst ihr über die Entwicklung Österreichs im Hochmittelalter unter den Babenbergern Bescheid. Mit dem Wissen solltet ihr jede Prüfung zu diesem Thema optimal bestehen können. Wie gesagt, schaut euch auch das zweite Video zu dem Thema Österreich an, in dem Fall kommen dann die Habsburger dran. Das kann ich euch nur empfehlen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder über eine Weiterempfehlung. Nutzt auch die Kommentarfunktion, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal.